Ja, Peace. Ich liebe Frieden. Ich wäre nur arbeitslos mit Frieden. Kennen wir uns? Zeit. Realität. Sie ist wandelbar. Wo willst du sein? Das ist doch der Knackpunkt hier. Jedes Universum ist anders. Jedes ist einzigartig. Etwas langsamer. Hier gibt's ein paar Leute, die das nicht ganz verstehen. Außer mir. Ich hab's kapiert. Wer sind Sie? Der Name ist Captain Carter. Scheiße. Ich bin der Watcher. Ich verfolge alles, was hier geschieht. Doch kann und werde ich niemals eingreifen. Ich kann wohl doch eher Freestyle. Attacke! Du bist umzingelt. Ein Ravager fliegt niemals solo. Ich sagte, fliegt niemals solo! Ist das so eine Art Schlachtruf? Einen Moment lang hab ich mir Sorgen gemacht. Wagt die Reise ins Unbekannte. Und stellt euch die Frage. Was wäre wenn? Was wäre wenn? Das ist doch so noch einmammer, Jaminder. Erre Eisbüge. Ich niños wie stolz Mann. das sehe. Vielen Dank.